Hallo, ihr lieben Wahrheitssuchenden und gottsuchenden Menschen und Seelen. Ich freue mich, dass ihr zuschaut. Ich bin Beatrice Gabriel, ich bin Urschamanin, das heißt seit sehr, sehr vielen Inkarnationen hier als Heilerinnen und Schamanen unterwegs. Und ich teile hier in meinen Videos meine persönliche Lebenserfahrung und Lebenswirklichkeit, meine spirituelle Sicht und das heißt, ich gebe alles in deine Verantwortung, in deine Selbstverantwortung und du hast die Freiheit und auch die Pflicht, alles, was du hier hörst, zu prüfen, ob es in dein Weltbild integrierbar ist oder nicht. Gut. In diesem Video hier, aus dem sich vielleicht noch mehrere entwickeln, das weiß ich gerade noch nicht, soll es um die Frage gehen, beten aber wie. Ich werde einfach ganz oft gefragt, wie bete ich denn richtig oder Gott erhört meine Gebete nicht oder kannst du nicht für mich beten, bei dir hilft das viel besser oder, oder, oder. So. Und dazu gibt es viel zu sagen. Ich fange erst mal an, dass Beten absolut überkonfessionell ist. Ich brauche dafür kein Christ sein, kein Katholik, kein Hinduist oder sonst irgendwas. Aber ich darf es sein. Das heißt, egal welcher Religion oder Nicht-Religion ich angehöre, beten funktioniert immer. So. Nur wir kriegen es nicht immer mit. Und es gibt schon ein paar Fallstricke dabei. Und auch in jeder Konfession ist der Weg eigentlich der gleiche, selbst wenn er vielleicht anders ausgedrückt wird. Und manche Konfessionen auch ein wenig in die Irre führen, weil sie dazu da sind, den Menschen in Unfreiheit zu halten. Aber gut, das ist eine andere Thematik. Also du brauchst definitiv auch keinen Mittler dafür. Du brauchst weder einen Ablasshandel, noch einen Priester, noch einen Schamanen, noch sonst irgendwas. Was aber nicht heißen soll, dass dir diese Leute nicht helfen können, eine Verbindung zum Göttlichen herzustellen. Natürlich können dir auch Schamanen, Priester, Gurus, also alle, die geübt sind in dem Leben, in dem Weg mit Gott, können dir helfen, deine Verbindung aufzubauen. Aber nicht in dem Sinne, dass sie für dich beten. Das kann sicherlich auch in Form von einer Fürbitte geschehen. Dass ich also für dich bete, dass du die Verbindung zum Göttlichen besser bekommst. Oder dass du ins richtige Beten zum Beispiel findest. Na klar kann ich das machen. Das wird dir mit Sicherheit auch helfen. Aber es ersetzt ja nicht, dass du selber dich auf den Weg machst und deine Göttlichkeit in dir und deine Selbstverantwortung wahrnimmst, richtig beten zu lernen. Also das heißt so beten zu lernen, dass Gott möglichst auf die Weise antwortet, wie du es verstehen kannst. Und Gott ist hier für mich jetzt einfach, also für mich als Schamanen ist es einfach der große Geist. Das heißt die Urquelle allen Seins. Die Uressenz, aus der wir alle und jedes Atom hier ist. Und deswegen auch der Beweger oder die Bewegerin von allem ist. Und wie du diese Instanz nennst, das ist komplett egal. Und du kannst auch zu Mittlern beten. Das heißt zum Beispiel zu den Heiligen, zu Jesus Christus. Gott hat viele, viele Helfer. Weiß ich nicht, wie viele Herrscher haben. Von Engeln, von aufgestiegenen Meistern, von, ja weiß ich nicht, Hindu-Gothalten, also Zwischengothalten, wie auch immer, zu denen du beten kannst. Diese Wesen sollten nicht angebetet werden, aber wir dürfen sie bitten. Und wir dürfen ihnen auch zwischendurch Danke sagen, aber auch wir sollten wissen, dass sie ein Mittler zwischen uns und der göttlichen Instanz sind. Das heißt, das was geschieht hinterher, es obliegt doch dem Göttlichen. Das heißt, also hier ist ein kleiner Unterschied zu machen. Ihr könnt natürlich Christus um Hilfe bitten, euch ins Christusbewusstsein zu bringen, euch in die Liebe zu bringen und so weiter und so fort. Und Christus wird das tun. Aber warum kann er das? Weil er quasi von der göttlichen Quelle gespeist wird. Das heißt, alles was ihr erhaltet, an Dank, kommt von Gott, vom großen Geist. Und da sollte dann eben auch der Dank wieder hinfließen, in welcher Form auch immer. Beten sollte ein Rhythmus sein. Das heißt, ich erhalte etwas und ich gebe auch etwas weiter. Das, was ich erfahren habe, gebe ich weiter. Deswegen zum Beispiel mache ich diese Videos. Ich habe unendlich viel erfahren und ich gebe weiter. Viele Menschen haben das Gefühl, dass ihre Gebete nicht erhört werden oder dass es überhaupt nicht funktioniert oder wie auch immer. Und andere Menschen beten gar nicht, weil sie es für größte Blödsinn halten. Wann fangen wir an zu beten? In der Regel dann, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Und selbst der größte Atheist wird irgendwann beten. Weil Gott ihn in seinem Erkenntnisprozess irgendwann dahin führen wird, dass er in scheinbaren Ausweglosigkeiten steht. Warum ist das so? Das ist wichtig, weil wir in die Demut kommen sollen. Wir sollen in eine aufrechte Demut kommen. Das ist das, was Gott von uns möchte. Keine Demut, die auf dem Boden rumkriegt, aber auch kein Hochmut. Also eine Demut, die weiß, dass sie Teil im Großen Ganzen ist. Ein kleines Rädchen. Nicht besser, nicht schlechter als andere. Sondern individuell in ihrem Sein, hier ihren Plan erfüllend. Und dass sie gelenkt wird vom Großen Ganzen. Und dass sie in demütiger Dankbarkeit ihr Herz aufmachen kann. Und vor Dankbarkeit überfließen kann. Das ist das, was jede Seele erfahren möchte. Und soll. Und gleichzeitig soll es eine aufrechte Demut sein. Das heißt, in dieser Demut ist so viel Dankbarkeit für die eigene Präsenz, für das eigene Leben dann da. Was wir dann natürlich irgendwann einfach auch erfahren. Wenn ihr jetzt anfangt zu beten, dann werdet ihr dieses Gefühl vielleicht noch nicht haben. Das ist mir durchaus klar. Aber das ist das Ziel. Und vorher sind wir auf dem Hochmut. Und das heißt, wir sind oder denken, wir sind der einzige Lenker unserer Geschicke. Wenn Gott uns das glauben lassen würde, dann würde er glauben lassen, wir sind allein. Das ist aber nicht so. Wir sind gut geborgen im Großen Ganzen. Und wir sind ständig in Gottes Hand. Nicht immer in Gottes Schoß. Und manchmal schickt er auch einen Lozifer auf den Platten, um uns wieder ein bisschen auf den Weg zu bringen. Aber es ist immer Gottes Hand da, die über uns und unsere Entwicklung wacht. Und das ist das Erste, was wir verstehen müssen. Dass also alle Situationen, die Gott uns gibt, nichts sind, womit er uns ärgern will. Auch wenn er dich in Unausweichlichkeiten gebracht hat, wo du nicht mehr weiter weißt. Dann hat er das gemacht, damit du ihn endlich erkennst. Denn Gott wartet. Und alle lichten Mächte warten auf unseren freien Willen. Lozifer braucht das nicht. Das ist quasi der, ich sage immer, ja das ist so Gottes Hintertür. Also damit wir irgendwie merken, dass der freie Wille doch einfach auch eine Illusion ist. Wir dürfen uns mit dem freien Willen gegen Gott entscheiden. Natürlich. Wir dürfen mit dem freien Willen entscheiden. Ich mache das hier alles alleine. Ich bin voll der Macher. Pass mal auf. Ich brauche kein Gott. Mein Verstand macht alles. Das dürfen wir und das dürfen wir mitunter über viele, viele leben. Nicht nur über eins. Bis wir erkennen, dass es mehr gibt. Und wir uns in dem Mut vor unserem Schöpfer beugen. Und sagen, bitte mach. Ach, ich kann nicht mehr. Alles, was ich erschaffen habe, wenn der Mensch das merkt, dass er trotz Reichtum, trotz dies, trotz das leer ist, unglücklich ist. Und dann fangen auch die Arztusen irgendwann mal an zu beten, wenn sie sich dessen wahr werden. Und das ist ein ganz, ganz magischer Moment. Das heißt meistens dann, wenn es uns am schlechtesten geht, suchen wir wieder die Verbindung. Und das ist einfach ein kosmisches Gesetz. Die lichten Mächte warten auf den freien Willen. Die warten also darauf, dass du sie einlädst in dein Leben. Und welche lichten Mächte, das sind es hier, egal. Ob es die Heiligen sind, ob es die Engel sind, ob es die Meister- und Priesterscharen sind, also die aufgestiegenen Priester, die atlantischen Priester meine ich hier. Das ist egal, ob es Gott selbst ist. Alle werden darauf warten, bis du sagst, bitte hilf. Und dann werden sie eingreifen. Darauf warten sie. Und bis dahin darfst du dein Ego frönen. Und durch die Schatten der Dualität zwitschen, bis du davon und diesen Dramen genug hast. Wenn du jetzt anfängst zu beten, nehmen wir an, du bist in einem großen Drama. Du denkst, du bist gerade gekündigt, du hast kein Geld und du brauchst jetzt unbedingt den und den Job. Und du fängst jetzt in dieser Verzweiflung angesichts der drohenden Arbeitslosigkeit und Finanzmisere, fängst du an, du Gott, bitte, bitte hilf mir, diesen oder ihren Job zu bekommen. Dann kann es sein, dass du den nicht bekommen wirst. Und du wirst denken, so ein Mist, jetzt habe ich schon mal gebetet und der Typ antwortet immer noch nicht. Wusste ich doch, den gibt es nicht. Nein, lieber Mensch, wenn du schon mal in so einem Fall warst oder einem ähnlichen, übertragbaren, hier, es muss kein Job sein an der Stelle. Das heißt, Gott hat auf einen Wunsch nicht reagiert. Du hast ihn, oder scheinbar nicht reagiert, sagen wir es mal eher so. Es hat sich also dein Gebet nicht erfüllt, was du doch in Imbrunst und in Angst und in Verzweiflung gesprochen hast. Gott hält dich ja nicht in Co-Abhängigkeiten. Das heißt, wir müssen vor jedem Gebet erst mal prüfen, ist denn unser Wunsch, den wir da gerade so brennend empfinden, etwas, was unserem Ego dient oder dem schattenhaften Teil des Egos. Zum Ego wird es noch Videos geben, oder könnt ihr dann klicken. Wen das interessiert, ich teile das Ego in zwei Teile, ein Schatten und ein Lichtpol. Das Schattenteil des Egos hat Angst. So, der hat jetzt Angst, dass er nicht versorgt ist. Der hat Angst, dass er, wenn er den Job nicht kriegt, ganz furchtbare Sachen passieren. Oder, oder, oder. So, der hat Angst, total abzurutschen, wenn er den Job nicht bekommt. Das heißt, nur dieser Job kann ihn retten. Das ist natürlich totaler Blödsinn. So, wenn Gott dir also hier helfen würde, diesen Job dann zu kriegen, würde er dann nicht einfach nur deine Angst bestätigen? Würde er dann nicht einfach nur sagen, ja, liebes Wesen, du musst auf dieser Erde wirklich ganz dolle Angst haben und wenn du nicht vor mir auf den Boden kriegst und mich anfliehst, dass du einen Job haben kannst, dann bist du nicht versorgt? Nein. Das macht Gott nicht. Gott möchte dich zu einem freien, anmutigen Wesen entwickeln lassen. Das heißt, diesen Job kriegst du dann vielleicht nicht. So. Natürlich ist es auch möglich, dass er antwortet und du den Job kriegst, um dann zu merken, dass der Job total kacke ist und du dann wieder unglücklich bist und so weiter und so fort. Ja. Dann bist du vielleicht auf deinem spirituellen Weg sogar schon eher ein bisschen weiter und Gott möchte dir zeigen, dass dieses Gebet das Falsche war. Auch Gott lehrt uns richtig zu beten über solche negative Resultate. Das heißt, ich prüfe, was ist denn hinter meinem Wunsch? Angst oder Entwicklungsmöglichkeit? Ein anderes Beispiel noch, was uns, glaube ich, auch alle oder was wir alle kennen, ein geliebter Mensch ist krank oder liegt im Sterben. Dann beten wir ganz oft, bitte, bitte lass ihn wieder gesund werden, bitte lass ihn überleben. Aber ich weiß doch gar nicht, ob das das Richtige ist. Ich weiß doch gar nicht, ob seine Zeit nicht abgelaufen ist. Und ich weiß doch nicht mal, was sein Tod mit mir machen würde, was ich vielleicht für tiefe Lehren erfahren würde. Vielleicht kann ich nur durch diesen Tod den Menschen wirklich schätzen lernen, wirklich erfahren, was der mir war. Was ich vielleicht gar nicht hätte lernen können, wenn er noch leben würde, weil ich bis dahin zu sehr im Hochmut war. Auch das ist möglich. Und auch dann wird Gott dieses Gebet vielleicht nicht abhören, weil dahinter ein Sinn ist. Und wenn er auf dich hören würde, dann würde er dir ja A, diese Entwicklungsmöglichkeit nehmen und der anderen Seele auch. Und B, würde er noch was viel Schlimmeres tun. Er würde dir ja deine Illusion bestätigen, dass du von diesem Menschen getrennt bist, wenn der stirbt. Und auch das will Gott nicht. So, das heißt, hier sind schon mal mögliche Interpretationen, warum Gott doch antwortet, wenn du meinst, er antwortet nicht. So, aber wie beten wir denn jetzt so, dass wir es verstehen können? Das heißt, ich prüfe erst mal, ist es ein Ego-Wunsch oder ist es ein Wunsch, der mich haben fühlen lässt? Ja, oder der mich erhebt? So, beim Jobbeispiel. Ich prüfe, ich habe Angst. Eigentlich habe ich totale Mangelangst, dass ich, wenn ich den Job nicht kriege, ich ins soziale, finanzielle Abseits rutsche. Dann würde ich zuerst bitten, Gott hilf mir, meine Finanzangst zu heilen, meine Existenzangst zu heilen. Und dann kann es erst recht sein, dass ich den Job nicht bekomme. Ja, weil Gott mir zeigen möchte, dass ich versorgt bin und auch anders versorgt bin, als irgendeinem Job hinterher zu rennen und mich auf etwas zu fixieren. So, Gott möchte uns frei machen und nicht fixiert auf irgendwelche Wahnideen. Und das heißt, ich fange jetzt an zu prüfen, wenn ich bete, ist denn mein Wunsch irgendwie von Angst motiviert? Welche Fähigkeiten bräuchte ich denn hier, keine Angst mehr zu haben? Und dann bete ich nach dem Download-Prinzip. Das heißt zum Beispiel bei jeder schwierigen Situation, Beispiel Job oder Tod oder wie auch immer, ja, das erste Gebet. Bitte hilf mir, den Sinn dieser Situation in meinem Leben zu verstehen. Weil wenn ihr den Sinn verstehen würdet und ihr würdet darauf gucken, wie Gott, dann würdet ihr denken, ach so, na dann, easy, kein Problem, ja. Wenn ihr Gott verstehen würdet, so wie ich ihn verstehe. Und was nicht heißen soll, dass ich nie Struggle in meinem Leben habe oder es nie Herausforderungen gibt, wo ich Gott auch manchmal nicht gleich sofort verstehe. Aber ich habe zumindest gelernt, dass wenn ich mit irgendwas struggle habe, ich meistens nur irgendwas von da oben nicht verstehe. Und ich dann dieses Gebet spreche, bitte hilf mir, den Sinn zu verstehen. Und sich der Struggle dann ziemlich schnell auflöst. Wenn ihr darauf gucken würdet und wir würdet zum Beispiel bei dem Jobbeispiel Gott hören und der sagt, Menschenskinder, mein Lieber, ja, Menschensohn, Menschentochter. Dieser Job, der würde dich nur ins Unglück treiben. Du hast eine Zeit für den, dich auszuruhen. Und ich werde dafür sorgen, dass du gut versorgt bist in der Zeit. Ich werde dir gute Bücher an die Hand geben. Du wirst deine Zeit der Weiterentwicklung erleben. Sei ungesorgt, zur rechten Zeit wird der rechte Job kommen. Wenn ihr das als tiefe Gewissheit fühlen würdet, dann wäre das gar kein Problem mehr mit dem Job. Und das ist eigentlich schon das Geheimnis, also zu verstehen, welchen Sinn das Ganze gerade macht. Bei dem Beispiel mit dem lieben Menschen, der geht, den ihr verabschieden müsst. Wenn ihr Gott hören würdet, der sagt, ich nehme diesen Menschen jetzt in Obhut, denn er hat hier genug erledigt. Er hat hier genug und lange gekämpft. Der darf sich jetzt bei mir ganz tief ausruhen. Und er wird dich besuchen kommen und deinen Träumen. Und ihr werdet ewig verbunden sein. In deinem Herzen wird er immer wohnen. Und noch viel mehr. Mit diesem scheinbaren Abschied wirst du ihn viel tiefer in deinem Herzen fühlen. Du wirst viel dankbarer sein für die Begegnung mit diesem Mensch. Du wirst viel tiefere Liebe für ihn fühlen. Du wirst verstehen, was Seele und Leben wirklich ist. Und du wirst verstehen, dass Leben viel mehr ist, als diese physische Begegnung. Dann wirst du sagen, ja okay, geil, klingt nach Leuchtung. Gut. Und was nicht heißen soll, dass du dann vielleicht nicht mehr traurig wärst beim Abschied oder so. Aber du wirst es verstehen. Und du wirst verstehen, dass auch diese Traurigkeit ja nur da ist, weil du diesen Menschen geliebt hast. Und dass in der Liebe so viel Traurigkeit, in der Traurigkeit so viel Liebe ist. Und du würdest dich auf die Liebe fokussieren und nicht auf den Mangel. Dann wäre doch alles gut. Das heißt, prüfe, welchen Wunsch du hast. Ist der in der göttlichen Ordnung? Wenn du es nicht weißt, hänge dran, so was will. Immer gut. Beim Jobbeispiel. Es kann ja auch sein, dass es ein Job ist, den du tatsächlich kriegen sollst. Es kann ja sein, dass er nicht mangelmotiviert ist, sondern du spürst, ich gehe hier einen Weiterentwicklungsweg. Mein alter Job, den habe ich jetzt gekündigt. Da ist irgendwo ein Job. Den würde ich gerne machen, weil ich denke, dass ich da endlich so wirken kann, wie ich wirken soll. Dass ich da ganz viel erfahren kann. Dass ich da Entwicklungsmöglichkeiten habe, die vielleicht auch manchmal schwierig sein werden. Also herausfordernd. Aber ich bin bereit, das zu machen. Und so. Dann darfst du natürlich beten. Ja. Gott, bitte. Führe mich zu diesem Job oder hilf mir, den Job zu bekommen. Aber da würde ich immer dranhängen als Schamanin. So, dass dein Wille ist. Weil das Ego kann so tricky sein. Man sieht es nicht. Ja. Und das geht auch mir so. Dass ich es manchmal nicht sehe. Und deswegen ist das mein Sicherheitshaken. Dass ich immer sage, okay. Ich wünsche mir das und das. Und ich melde das an. Und bitte lass es geschehen, so es in der göttlichen Ordnung ist. So es dein Wille ist. Ein ganz tolles Gebet ist. Hilf mir, dein Willen zu wollen. Hilf mir den Sinn, in dem, womit ich gerade Struggle habe, zu verstehen. Hilf mir, deinen Willen zu erkennen. Und dann hilf mir, deinen Willen zu wollen. Du hättest kein Problem, wenn du arbeitslos bist, den Sinn verstehen würdest. Und verstehen würdest, dass das Gottes Wille ist. Gerade für dich im Moment. Mit Sicherheit nicht generell. Und du das auch gerade wollen würdest. Alles, was du gerade willst, was er dir gibt, das ist in der Regel problemfrei. Also, das ist auch was, was ich bete, wenn ich mit irgendwelchen Situationen Struggle habe. Hilf mir, den Sinn und das Gute darin zu erkennen, in dieser Situation. Hilf mir, deinen Willen darin zu erkennen. Und hilf mir, deinen Willen zu wollen. Und ja, dann seid ihr also quasi erstmal schon ganz gut beraten. Wenn ihr einfach mal prüft, okay, was melde ich denn hier an? Würde mich Gott da in Unfreiheiten halten oder nicht? Etwas weiteres, was man verstehen muss, ist, dass wir nach diesem inneren Download-Prinzip arbeiten. Das heißt, wenn ich zum Beispiel merke, okay, ich habe jetzt vielleicht den Sinn verstanden. Ich habe verstanden, dass ich gerade arbeitslos sein soll, weil ich von fünf narzisstischen Arschloch-Chefs missbraucht wurde. So. Und ich echt mal überdenken sollte, warum ich immer wieder an solche Jobs komme. Soweit bin ich vielleicht schon auf meinem spirituellen Weg, dass ich das verstehe. Und trotzdem habe ich Angst, Versorgungsangst. Dann hilf mir bitte, mich versorgt zu fühlen. Hilf mir zu vertrauen. Also ihr guckt, was fühlt ihr gerade nicht, warum habt ihr Struggle. Und dann bittet ihr um die inneren Fähigkeiten, dass ihr euch nicht so fühlt. Und ihr bittet nicht um äußere Resultate, dass ihr euch nicht so fühlt. Okay. Und dann wird Gott den Weg, den er für richtig hält, für euch eröffnen, dass ihr euch nicht mehr so fühlen müsst. Das kann dann der nächste Job sein. Das kann aber auch einfach nur ein gutes Buch sein, was dir von deinem Mangeldenken runterhilft. Das ist je nach Situation vollkommen unterschiedlich. Wenn wir äußere Resultate setzen, dann schreiben wir Gott vor, was er zu tun hat. Und dann wundern wir uns oft, wenn er es nicht macht. Oder wir mit dem, wofür wir gebetet haben, uns voll in den Nesseln setzen. Und dann fragen wir uns, wie konntest du das zulassen? Ja, weil du es wolltest. Beispiel eben Job und der ist dann halt wieder Kacke. Und das Universum arbeitet am besten, wenn wir eben nach diesem inneren Download-Prinzip beten. So nenne ich das. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand noch so nennt. Für mich ist Beten wie Download. Ich gucke, was habe ich nicht, wo ist die Lücke, was brauche ich. Darum bitte ich. Ich bitte nicht um äußere Sachen. Oder was heiße ich bitte schon manchmal um äußere Sachen. Aber das eben nach dem Beispiel, wie führe mich da und dahin. Also führe mich zur rechten Zeit, zum rechten Ort. Und so weiter und so fort. Zum rechten Job, zum rechten Partner, zur rechten was weiß ich was. Führe mich in die Heilung. So wäre ein schönes Gebet. Generell kann ich nur jedem empfehlen. So, aber jetzt macht ihr das. Das heißt, ihr habt jetzt überprüft, okay, eigentlich ist es nur mein Mangeldenken. Ihr habt hier gesprochen, okay, hilft mir den Sinn zu verstehen. Und ihr wartet jetzt ab. Und ihr versteht den Sinn aber nicht zum Beispiel. Naja, vielleicht schlägt Gott euch gerade ganz viele Dinge vor, die eure Sichtweise ändern sollen. In Form von Menschen, die euch begegnen, die euch andere Sachen sagen. Kleine Zitate, die ihr lest, Sachen, die ihr aufschnappt und so weiter und so fort. Aber ihr wollt euer Denken nicht ändern. So, dann ist es so, dass Gott durchaus antwortet und ihr ihn nicht hört. Das heißt, was braucht es also noch dazu zu diesem Gebet? Hilf mir den Sinn zu erkennen. Auch das muss man sich fragen, habe ich mein Gebet also umfassend genug gesprochen? Wenn ich bitte hilf mir den Sinn zu erkennen, ist es sehr hilfreich dazu noch zu beten. Und öffne mir die Augen, die Ohren, mein Geist und mein Herz, deine Zeichen zu lesen und zu verstehen. So, jetzt habt ihr das gemacht und ihr versteht nach ein paar Tagen oder Wochen dann auch den Sinn dieser Situation in eurem Leben. Und ihr versteht jetzt also, was Gott von euch möchte. Und dann kriegt ihr vielleicht den nächsten Struggle, weil euch noch etwas fehlt. Nämlich Mut, den Weg, den er von euch möchte, zu gehen. Vielleicht fehlt euch aber auch Glauben, also daran zu glauben, dass das, was ihr wahrgenommen habt, wirklich göttliche Führung ist. Dann bitte hilf mir zu glauben. Also hilf mir zu erkennen, hilf mir zu glauben und dann gib mir Mut, diesen Weg zu gehen. That's it. Das sind eigentlich die wichtigsten Tools, sag ich mal, zum Beten. Wenn man das integriert und verstanden hat, dann schafft man es sehr gut, mit der göttlichen Quelle in Verbindung zu stehen und auch sein Leben einfach in den göttlichen Ordnungen auszurichten und damit zu erschaffen. Ich werde noch ein Video machen zu den Antwortmöglichkeiten. Also wie kann Gott antworten, was oft nicht verstanden wird als Gottes Antwort, sondern eher als Unfairness. Und kann euch nur empfehlen, das also hier im Nachtrag noch dazu anzuschauen. Und dann wünsche ich euch allen einen Weg mit der Quelle. Einen Weg, gesegnet von Gott. Und dass ihr euch alle einfach nicht mehr allein und unverstanden von Gott fühlt, sondern ihn erkennen könnt. Das ist für mich jetzt hier ihn, naja, über personell bitte zu sehen. Aber dass ihr fühlen könnt, in welcher Liebe und Geborgenheit ihr hier auf diesem Planeten wandelt. Selbst wenn ihr es oft nicht glaubt, aber gerade dann, wenn ihr es nicht glaubt, habt ihr eigentlich die Verbindung verloren. Und dann bitte darum, wieder Verbindung zu bekommen, wieder glauben zu können, zu erkennen und erfahren zu können. Und dann wünsche ich euch ein so gesegnetes Leben, voller, tiefer Erkenntnis, Glück, Frieden, Glückseligkeit. Also, das ist machbar, ist schaffbar, wenn man diese kleinen Sachen versteht und die Demut hat, sie anzuwenden. Demut ist das Allerwichtigste auf Gottes Weg. Aber keine kriechende Demut. Wir dürfen stolz sein auf uns und auf unser Sein und auf unser Leben. Wir dürfen anmutig sein. Aber wir sollten demütig vor dem großen Geist sein und dem, was er für uns geplant hat. Weil das kann unser kleines Brain mit seinen fucking 5% ganz oft nicht verstehen. Ja. Und davor sollten wir uns ganz oft verneiden. In tiefer Demut und Dankbarkeit. Und vielleicht ist auch die eine oder andere Entschuldigung nach oben mal dran und drin, dass wir es nicht verstanden haben, was er uns mit unserem Leiden oft sagen möchte. Weil wenn wir leiden, dann trennen wir uns eigentlich von Gott. Das heißt, wir gehen irgendwo einen Weg mit Luzifer. Und Luzifer ist nichts anderes als der Lichtbringer. Den schickt Gott dann, wenn wir nicht im freien Willen beten. Wenn wir also nicht die lichten Mächte anrufen zur Erkenntnis, dann schickt er die dunklen Mächte zur Erkenntnis. Aber nicht, weil er uns hasst, sondern weil er uns liebt. Und weil er uns nicht in unseren Illusionen gefangen halten möchte. Auch an Luzifer. Da ist ganz oft ein Dank drin. Und wer mich jetzt als Schwarzmagierin oder Teufelsanhängerin verurteilen will, bitte, ich habe gelernt, dass auch dieser Teil göttlich ist. Und das ist meine Wahrnehmung, mit der ich sehr gut und sehr im Frieden lebe, mit den Schatten, die mir in meinem Leben begegnen. Und diesen Frieden, den wünsche ich einfach jedem. Also in diesem Sinne, überdenkt das alles, prüft das für euch. Und schaut, ob ihr daraus eine neue Weltsicht, eine neue Sicht auf Gott und vielleicht auch eine neue Selbstsicht und ein bisher Beten erlangen könnt. Das wünsche ich euch. Alles Gute, viel Segen auf euren ganz individuellen Wegen mit Gott. Tschüss.